Hey YouTube, was geht? Heute ist es endlich soweit. Wir fangen damit an, unsere mechanischen Tastaturen zu modden. Und was wäre ein besserer Anfang in dieses Hobby als das Luben von euren Switches? Oder auf Deutsch gesagt, das Auftragen von Schmierfett auf euren mechanischen Schaltern. Aber ich würde sagen, wir bleiben in diesem Tutorial lieber bei den englischen Begriffen. Das macht es euch später auch leichter, diverse Begriffe zu googeln, weil ein Großteil der mechanischen Tastatur-Community im englischsprachigen Raum stattfindet. Aber warum solltet ihr überhaupt euch die Mühe machen, eure Switches zu luben, weil dies doch ein relativ zeitaufwändiger Prozess ist. Kurz gesagt ist das Luben von Switches die Mod an einer mechanischen Tastatur, die einen erheblichen Einfluss auf das Gefühl eurer Switches hat und auf den Sound eurer Switches. Aber was braucht ihr überhaupt, um eure Switches zu luben? Zunächst braucht ihr natürlich das Gleitmittel bzw. Loop eurer Wahl. Bei Linear Switches wird grundsätzlich Qytorx 2 5 Great Zero empfohlen, was relativ dick ist und so bei korrekter Anwendung eine sehr smooth Key Travel ermöglicht. Für Taktile Switches werden oft dünnere Gleitmittel wie Krytox 105 empfohlen, um zu verhindern, dass die Taktilität unter dem Loop leidet. Allerdings ist die Entscheidung auch stark von persönlichen Vorlieben abhängig und Szenegrößen wie Wildcat loomen auch gerne Taktiles mit Tour 5 Great Zero. Für dieses Anfänger-Tutorial nehme ich allerdings Glorious G-Loop, welche zwar zu den dickeren Loop-Arten gehört, aber noch nicht so hohe Qualität aufweist wie Krytox. Dafür kostet das Zeug weniger als die Hälfte von Krytox Loop-Arten und erlaubt euch so, auch günstige Tastaturen kosteneffizient zu luben. Solltet ihr euch allerdings entscheiden, euren Einstieg in das Custom Keyboard Game direkt mit einem höherwertigen Kit zu machen, meinetwegen wie der GMMK Pro oder einem Tofu 65 und nicht einem Budget-Hotswap-Board, solltet ihr euch definitiv dazu entscheiden, das etwas teurere Loop in Form von Krytox 2 5 Great Zero zu nehmen, um das Maximum aus euren Switches herauszuholen. Neben dem Loop braucht ihr einen Switch-Puller, wenn ihr ein Hotswap-Board habt, oder einen Lötkolben und eine Lötpumpe, wenn ihr ein gelötetes Board habt. Das kann aber relativ teuer werden, weswegen ich jedem empfehlen würde, diese Anschaffung nur zu machen, wenn ihr A keine Wahl habt, als zu löten und vor allen Dingen B sowieso in Zukunft vorhabt, noch andere Boards zu löten und zu entlöten. Aus dem einfachen Grund, dass diese Ausrüstung so teuer ist, dass es wahrscheinlich günstiger ist, ein günstiges Hotswap-Board zu holen. Außerdem benötigt ihr natürlich Pinsel. Ich empfehle hier immer eine Auswahl an Pinseln mit den Größen Zero, Double Zero und Triple Zero. Außerdem benötigt ihr noch ein Werkzeug, um eure Switches öffnen zu können. Da gibt es direkt zwei Varianten. Zunächst einmal einen flachen Schraubenzieher oder einen Switch-Opener. Dabei würde ich euch wärmstens empfehlen, auf jeden Fall zu einem Switch-Opener zu greifen, auch wenn diese zwischen 10 und 20 Euro kosten können, weil sie euch den Loop-Prozess deutlich, deutlich vereinfachen, denn es kann unfassbar nervig sein, Switches mit einem Schraubenzieher öffnen zu müssen. Optional bietet es sich auch an, einen sogenannten Stem-Holder oder auf Deutsch eine kleine Greifkralle zu besorgen. Das ermöglicht es euch, gerade die Switch-Stems sehr gut halten zu können und spart euch Frustration auf lange Sicht, ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Optional auch ist die Verwendung von DYI-Pinzetten. Diese sind durchaus nützig, werden aber erst wirklich notwendig bei anderen Mods außer dem Luben. Es kann aber auch nicht schaden, diese zusätzlich zu bestellen, weil ihr sowieso die anderen Mods wahrscheinlich auch noch durchführen werdet. Zu guter Letzt kann ich euch nur wärmstens empfehlen, auf einen sauberen Arbeitsplatz zu achten. Aus dem einfachen Grund, dass das letzte, was ihr haben wollt, ein frisch geloopter Stem ist, der euch auf euren staubigen Tisch fällt und so zu einem Kratzfest wird. Aber nun zum eigentlichen Vorgang des Lubens. Ihr beginnt damit den Switch mithilfe eures Switch-Openers zu öffnen. Die meisten MX-Switches werden durch vier kleine Füße zusammengehalten, also setzt euren Switch auf die vier kleinen Metal-Standoffs und drückt ihn runter. Allerdings nicht so fest, damit ihr die kleinen Plastikfüße nicht irreparabel abknickt. Kale-Switches haben nur zwei breitere Füße, also holt euch idealerweise einen Opener, der beide Bauarten unterstützt. Anschließend könnt ihr den Switch auseinandernehmen und es offenbaren sich euch vier Komponenten. Das Bottom-Housing, das auch die Leaves für die Auslösung beinhaltet, die Feder bzw. Spring, den Stem und das Top-Housing. Aber kommen wir zum eigentlichen Vorgang. Als kleinen Disclaimer, ich halte mich hier an die Methode von Tahere-Types, dem Keyboard God of YouTube, checkt Tahere-Types aus. Wir fangen mit dem Bottom-Housing an. Nehmt euren Pinsel und tragt einen kleinen Tropfen Loop auf, etwa halb so groß wie ein Switch-Pin an der Unterseite des Bottom-Housings. Tragt die Hälfte eures Loops auf einer der Schienen für den Stem auf und den Rest auf der gegenüberliegenden Schiene. Verteilt das Loop auf jeder Seite gleichmäßig. Ihr wollt vermeiden, dass man weiße Rückstände auf den Schienen sieht? Ein leichter Schimmer reicht. Auf eurem Pinsel sollten noch unsichtbare Reste Loop sein, also tragt diese gleichmäßig auf den Contact Leaves auf. Wenn ihr lineare Switches habt, solltet ihr dies definitiv tun. Wenn ihr allerdings Taktile-Switches habt, steht ihr vor der Wahl, diesen Schritt zu überspringen, um eine größere Taktilität eures Switches zu wahren. Seid euch nur bitte bewusst, dass wenn ihr überloopt, dass ihr tatsächlich Gefahr lauft, die Taktilität eures Switches wirklich zu torpedieren. Am Ende bleibt das aber euch überlassen. Zu guter Letzt könnt ihr den Rest Loop am Boden des Housings und dem kleinen Stamm, der die Feder hält, verteilen. Was mich zur nächsten Komponente bringt, der Spring bzw. der Feder. Und hier habt ihr direkt zwei Optionen, wie ihr diese Komponente luben könnt. Erstens könnt ihr jeder einzelne Spring 1 entluben, und zwar an den Stellen, wo die Spring Coil dichter wird, denn hier entsteht der Großteil von dem Falco Ping, den man zum Beispiel in meiner Review zur K65 Mini von Corsair deutlich, deutlich hören konnte. Hier könnt ihr auch beim Auftragen von Loop nicht ganz so vorsichtig sein und ein bisschen mehr nehmen, und es ist nicht schlimm, wenn ihr eine weiße Schicht von Loop auf der Spring erkennen könnt. Übertreibt es allerdings trotzdem nicht. Eine andere Methode ist das Backlumen. Dabei nehmt ihr einen kleinen Frischhaltebeutel, verseht die Innenwände des Frischhaltebeutels mit Loop und füllt alle eure Springs gleichzeitig in diesem Beutel, lasst ein bisschen Luft drin, verschließt ihn und schüttelt ein paar Minuten, damit sich das Loop an den Innenwänden des Beutels gut auf die Springs verteilt. Dadurch spart ihr euch erstens extrem viel Zeit und geht sicher, dass ihr einen relativ gleichmäßigen Loop-Job an den Springs gemacht habt und lauft weniger Gefahr, dass die Soundkulisse eines jeden Switches anders klingt, weil ihr die Springs ungleichmäßig geloopt habt. Anschließend könnt ihr die Spring eures Switches wieder in das Bottom Housing einsetzen, aber kommen wir zur nächsten Komponente, dem Stem. Solltet ihr eine Greifkralle oder einen Stem-Holder haben, ist jetzt die Zeit, diesen auszupacken. Greift den Stem am Kreuz, wo die Keycaps angebracht werden oder fragt euch, warum ihr euch keinen Stem-Holder gesucht habt, während ihr verzweifelt versucht, ein Low-Friction-Plastic-Teil zwischen euren Fingerspitzen zu halten. Nehmt euren Pinsel und tragt wieder genauso viel Loop wie beim Bottom Housing auf, also circa einen Tropfen, der halb so groß ist wie ein Switch-Pin. Bringt die Hälfte des Loops auf einem der Stem-Slider an und den Rest auf der gegenüberliegenden Seite. Den Rest tupft ihr gleichmäßig auf die beiden anderen Seiten. Verteilt nun das Loop gleichmäßig auf dem Slider und den Rest der betreffenden Stem-Seite. Ihr könnt ruhig über die Kanten hinaus loopen. Anschließend verteilt ihr die Tupfer auf der nächsten Stem-Seite. Weiter geht es mit der Seite mit dem zweiten Stem-Slider und zu guter Letzt die Seite mit dem Stem-Lex. Verteilt das Loop gleichmäßig auf der flachen Oberseite. Bei Tactiles müsst ihr euch die vorhin angesprochene Frage stellen, ob ihr lieber eine smooth Key-Travel oder einen taktileren Switch haben wollt. Den Rest-Loop könnt ihr gleichmäßig an der unteren Kante des Stems, der inneren Stange und der Spitze verteilen. Damit habt ihr alle relevanten Komponenten eines Switches geloopt. Manche luben auch noch das Top-Housing des Switches. Ich halte das persönlich für unnötig, aber wenn ihr unbedingt sicher gehen wollt, könnt ihr das auch tun. Allerdings würde ich euch empfehlen, wirklich sparsam mit Loop umzugehen, um zu vermeiden, dass ihr overloopt. Zeit, den Switch wieder zusammenzusetzen. Setzt euren geloopten Stem auf die Spring, die ihr schon in euer Top-Housing gelegt habt, mit den Stem-Lex in Richtung der Contact-Leaves des Bottom-Housings. Nun könnt ihr das Top-Housing wieder auf den Stem draufsetzen. Achtet dabei, dass die Seite des Top-Housings, wo typischerweise das Logo des Switches zu finden ist, in die Richtung der Contact-Leave zeigt. Und das war's. Der Switch ist geloopt und wieder zusammengebaut. Eigentlich überhaupt nicht schwer. Bedenkt allerdings, dass ihr diesen Prozess mindestens 61 mal, wenn nicht gar 104 mal, je nach Bordgröße, durchführen müsst. Und hier komme ich zu einem wichtigen Punkt, den man als Anfänger inklusive mir gerne übersieht und was später wirklich nervig werden kann. Und zwar, dass es wichtig ist, dass ihr in der Lage seid, eure Switches konstant auf die gleiche Art und Weise zu loopen und so eine gleichmäßige Tipp-Erfahrung im Endeffekt erreichen könnt. Ich habe zum Beispiel einen Fehler gemacht, dass ich aus Ungeduld mich dazu entschieden habe, alle Switches an einem Abend beziehungsweise in einer Nacht zu loopen, was ungefähr sechs Stunden gedauert hat. Das hat schlussendlich dazu geführt, dass ich ungefähr nach drei bis vier Stunden völlig die Konzentration verloren habe und keinen Bock mehr hatte und einfach so schnell wie möglich die Switches abarbeiten wollte. Was darin resultiert hat, dass ich bei einigen Switches zu wenig Loop aufgetragen hatte, bei einigen Switches zu viel Loop und insgesamt die Geräuschkulisse und die Tipp-Erfahrung am Ende von Switch zu Switch relativ unterschiedlich war, was mir doch durchaus aufgefallen ist und mir absolut auf die Nerven gegangen ist. Insbesondere, dass es eine absolut schreckliche Arbeit ist, Loop von Switches zu entfernen. Nach ein paar Wochen Nutzung der geloopten Switches haben sich allerdings die größten Unterschiede ein bisschen ausgeglichen, weil sich die Loop besser am Switch verteilt hat. Aber ideal ist es trotzdem nicht. Deswegen tut euch einen gefallen. Setzt euch realistische Ziele. Meinetwegen sagt euch, heute Abend lobe ich zehn bis zwanzig Switches. Lasst die Arbeit liegen und macht am nächsten Tag weiter und jedes Mal ausgeschlafen und konzentriert, damit ihr nicht, wie ich, euch später ärgert und schon überlegt, ob ihr neue Switches kauft, weil ihr zu v seid, diese von Loop zu befreien. Aber das Thema Custom-Tastaturen ist immer ein Lernprozess und genau das machen wir hier auf diesem Channel. Wir lernen zusammen, wie wir die beste Tastatur in unserem Budget bauen können. Und das werden wir auch noch tun. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Checkt auf jeden Fall auch die anderen Videos in dieser Playlist. Insbesondere die Videos, wie ihr eure Stabilisatoren tunet. Weil das Tunen der Stabilisatoren genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger als das eigentliche Lumen der Switches ist, wenn es um Tastatur-Feel und Qualität geht. Das war es wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liked das Video, abonniert den Kanal, macht auch die Glocke an, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Folgt mir auch auf Instagram unter flashbitzYouTube, wenn ihr außerhalb der Videos auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Wir sehen uns. Bis dahin. Peace.